Kapitel 6 Eine neue Macht in Lordoron Am nächsten Tag bereiten sich Sylvanas und ihre Verbündeten am Rande von Lordorons Hauptstadt auf die Belagerung von Balnazas Verteidigungslinie vor. Die Hauptstadt wird stark verteidigt. Balnaza ist kein Narr, meine Fürstin. Diese Schlacht kann nur durch Zermürbung gewonnen werden. Was ist los, Dämon? Habt ihr Angst? Hütet eure Zunge, Menschenabschaum. Eure haltlose Überheblichkeit beeindruckt niemanden. Ruhig Blut, meine Herren. Spart euren Zorn für Balnaza. Garitos, ich lasse meine Truppen frontal angreifen, während ihr die Stadt von hinten attackiert. Ein gewagter Plan. Aber wenn wir unsere Hauptstadt zurück erhalten, folge ich jeder Strategie. Geht den Befehl. Lass den Angriff beginnen. Sehr gut. Am besten wird sein, dass der einfach nach 5 Minuten tot ist. Ah, da sind meine Spektren. Aber zuerst ein paar weitere Ghouls. Exer schon mal verbessern. Ach, ich kann die befehligen. Vor allem Teamrohstoffe, ne? Was für ein Abkotzen. Als wenn ich Bock habe, die Menschen zu befehligen. Als wenn ich mit meiner eigenen Truppe nicht schon genug zu tun habe. Lord Garitos, unsere Späher haben die vermissten Zwerge gefunden. Sie scheinen sich in der Wildnis verirrt zu haben. Diese hirnlosen Zwerge bringen fast mehr Ärger als Nutzen. Aber wir brauchen sie an der Front. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Egyptian. Ihr könnt euch darum kümmern. Sobald ihr euch halbwegs eingebunkert habt. Irgendwer Bock auf Fun-Maps? Naruto Fun-Map in Warcraft 3 Reforged? Ach du meine Güte. Mögen die Chakren mit dir sein. Forschung abgeschlossen. Fun-Map gern, aber kein Naruto. Arbeit ist vollbracht. Hast du was gegen Naruto? Ist doch ganz, ganz tolle Sache. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Ich behalte ihn mal vor den Toren. Obwohl ich nicht glaube, dass angegriffen wird. Solange ich nicht aktiv werde. Ausbau abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So, ihr habt leider keine richtigen Speer. Aber wir gehen mal nach oben und versuchen die Zwerge zu retten. Arbeit ist vollbracht. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Wir deportieren zwei Vereinigten des Spielers aus dem Zielgebiet zum Helden. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Sieht schon aus, wenn diese Straße nicht zum Ziel führt. Ausbau abgeschlossen. Das Ergebnis. Boah, sie greift mich doch an. Aber nur mit Gargoyles. Arbeiten ist gebraucht. Es ist mehr Holz erforderlich. Wir faulen Holzabholzer. Oder Holzfäller auch genannt. Arbeiten ist vollbracht. Meine Top 3 Viewzeit in Twitch ist ein X3 Stream. X3 Terran Conflict. Wenn es so wäre, Albion Prelude. Was? Was? Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Nö, ist ja okay. Forschung abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Es ist mehr Holz erforderlich. Forschung abgeschlossen. Ach, mein Gott. Ich bin echt träge. Also vom Spieltempo gerade fühle ich mich wie eine Zeitlupe. Ich bin echt träge. 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 Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Dritter Rush. Obwohl für Rush hat das auch schon zu lange gedauert. Forschung abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die beiden Sachen noch erforschen. Ähm, ähm. Ich kann meinen mittleren Zeigenfinger für nichts benutzen. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Weil ich mir den so doof eingeklemmt habe heute Morgen. Nein, sollt den Käfig zerstören, nicht den Ritter. Deinen mittleren Zeigefinger, richtig. Genau den hier. Den kann ich nicht mehr benutzen. Vernünftig. Der tut auch weh, wenn ich der damit tippe. Weil ich die Fingerkuppe so eingeklemmt habe. Forschung abgeschlossen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Forschung. Das schaffen die alles allein. Angriffe auf den Trigger haben eine Chance von 50% zu verfehlen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Hallo Belagerungstruppen. Könnt ihr Idioten keine einfachen Befehle befolgen? Hier tobt ein Krieg und ihr Tölpel veranstaltet ein Picknick? Setzt euch sofort wieder in Marsch. Sofort, Lord Garitos. Los, Männer! Die zahlen uns nicht genug, um diesen Armleuchter zu ertragen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Und ich schäme hier oben ein. Forschung abgeschlossen. Entschuldigung. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. So, ich bin eine reine Rittertruppe. Die normalen Fußsoldaten können gerne im Lager bleiben und das verteidigen. Ne, Schmiede hatte ich. Äh... Ging um die Werkstatt. Ach, jetzt darf ich Zwergenscharfschützen herstellen. Aber man sieht, die Truppe von dem ja schon mehr als groß genug. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Ach, ich kann keine Upgrades für die machen. Ah, mein entschlaufenes Schoßhündchen Garitos. Wie ich sehe, ist euch seit unserer letzten Begegnung ein Rückgrat gewachsen. Ihr mögt meinen Verstand einmal überlistet haben, Dämon. Doch nie wieder. Wir haben eine Rechnung zu begleichen. Arbeit ist verbraucht. Wir haben eine Rechnung zu weinen. Aufgrund wird er kein Eiweiß-G攻 muss. Wir haben eine Maschgarung zu weg. Wir haben einen Tüdüt tüdüt tüdut Ja, falls hätte ich die normalen Fußtruppen doch mitnehmen sollen. Lauft mal. Ach, der Lord schwächelt. Unserer Brüder brauchen Hilfe. Ein verbündeter Held ist gefallen. Effektiv ist er eh des Todes. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Aber so macht Silvanus das genauso, wie es sein sollte. Sie lässt die Menschen die ganze Arbeit machen und sie gammelt sich einfach fett einen ab. Vielleicht nochmal die Fernkämpfer. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Schöne Brüder. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielleicht gibt es einen Geheim-Quest? Nein. Das einzige Quest, was es gab, haben wir gemacht. X 5 Da ist der Held auch schon wieder wach. Wenn du Zeit hast, beschwör mal ein paar Dämonen. Danke. Äh, Toten. Ach, was auch immer. Ich kann mich ja nicht um alles kümmern. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Spürt nun den Zorn der Legion. Warum steht der Penner eigentlich plötzlich bei mir in der Bahn, also in den Truppen drin? Für diese Unverschämtheit werdet ihr niederträchtigen Verräter büßen. Ach, der Schläfer hat den Helden die ganze Zeit ein. Ach, die dämlichen Bestien, ey. So, geh mal zurück. Du kriegst jetzt eine neue Ritterstreitkraft. Keine Ahnung, warum das beim ersten Mal so gut funktioniert hat. Und dann tauscht das Ritter aus gegen normale Fußsoldaten mit dem Block-Effekt. Und es funktioniert gar nichts mehr. So, ich weiß nicht, wie es geht. Die, 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 hab dann dunkle Lort. Das war's. Was haben wir hier? Lager von Lordaeron. Du ploppierst zwölf Einheiten des Spiels aus dem Zielgebiet zum Helden. Forschung abgeschlossen. Ups. Nicht so. Wir brauchen nicht mehr Höfe, euer Team ist voll. Das werden die Menschen das Lager platt machen. Wir brauchen nicht mehr Höfe. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Na toll, das ist nur ein Nebenzweig. Wir kommen gar nicht dahin. Von hier aus. Forschung abgeschlossen. Das könnte jetzt kompliziert werden. Kommt, brennende Teufel. Balnazar ruft. Wir werden angegriffen. Unsere Schreitkräfte werden angegriffen. Bruder. Und das zurecht. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Brüder brauchen Hilfe, unsere Goldmine ist fast erschöpft, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sind aber nur noch, ich glaube da ist das letzte Produktionsgebäude von der Olli, da unten ist doch der Friedhof, das geht ja und überwiegend haben nur die Menschen gearbeitet und jetzt töten wir die Menschen. Aber ich, es ist uns Nafresin verboten einander zu töten. Zu euch überlaufen war eine Sache, aber das... Ich verlange einen letzten Beweis eurer Loyalität, Schreckenslock. Los! Das wagt ihr nicht. So, ihr seid hier fertig. Und nun solltet ihr mit diesen elenden Tieren meine Stadt verlassen, bevor... Tüttet auch ihn. Nichts lieber als das. Die Hauptstadt gehört uns, aber wir sind kein Teil der Geißel mehr. Von nun an soll man uns, die Verlassenen, nennen. Wir suchen uns unseren eigenen Weg in dieser Welt, Schreckenslock, und töten jenen, der uns im Weg steht. Wenn der Menschenhauptmann wirklich mal so leicht zu töten wäre. Sagen wir das nicht. Der große andere Schreckensberg family. Einmal ist nichts. Der große Stärkissor. Der große Grief. Ihr braucht den Amgen. Wir machen den Amgen. Wir machen das einmal also.